Hier wird noch fleißig gewerkelt, denn bis zur Eröffnung des Festes am Freitag muss alles fertig sein. Das Mainfest, das seinen Ursprung bereits im Jahr 1340 hat, ist eine ganz besondere Veranstaltung in Frankfurt. Ein Volksfest, wo tatsächlich alle für sich etwas finden können, bedeutet auch, die ganze Familie hat hier bei Mainfest Erlebnisse, die man gemeinsam erfahren kann. Geboten werden den Besuchern sechs große Fahrgeschäfte inklusive Riesenrad sowie zahlreiche Süßwarenstände, Imbissläden und Spielgeschäfte. Auch für Livemusik und Entertainment ist gesorgt. Die Hauptattraktion des Festes kommt dagegen ganz unscheinbar daher. Der Main. Der Main ist als Frischluftschneise für die Stadt Frankfurt sehr wichtig, aber auch als Erholungsgebiet mitten in der Stadt. Die Menschen nutzen heute ganz, ganz stark bei schönem Wetter die Mainufer, um dort zu entspannen, Sport zu treiben oder oder. Und das Mainfest soll eigentlich das alles ein bisschen in den Fokus stellen und den Fluss feiern. Zur Eröffnung des Festes am Freitag wird sogar der Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römer zum Weinbrunnen umfunktioniert. Den krönenden Abschluss bildet das Feuerwerk am Montagabend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017